So Freunde, dann sind wir auch endlich mal wieder zurück bei Blur, mein Gott, das hat mal wieder ein bisschen länger gedauert, bis ich mal wieder auf das Spiel ein bisschen Lust hatte, auch gerade wegen Crysis und so ist ja klar. Boah, wir starten mit einem schönen Kontrollpunkt-Rennen und wir haben endlich mal die Klasse B und haben deswegen ein verdammt geiles Auto. Uns fehlen noch wirklich ein paar Sachen, um den Boss hier überhaupt mal freizuschalten. Wir müssen noch genau ein Fansprint abhaken, die Karre hört sich gerade sehr komisch an, ein Fansprint müssen wir noch machen, ich glaube drei Fansiele, die ich an sich schon hätte, aber ich musste ja leider das eine Renn neu machen und da habe ich dann leider verkackt gehabt. Boah, die Karre ist schon geil, zack, ein bisschen Boost, oh Alter ey, ich komme gar nicht mehr mit der Steuerung klar, scheiße ey, da muss ich mich erstmal dran erwöhnen, gewöhnen, gewöhnen, ich kann nicht reden ey. Achso, ich kann nochmal gerade was zu sagen zu Crysis, das Battle war wirklich saulustig, es hat so tierisch Spaß gemacht, müssen wir auf jeden Fall mal wiederholen, entweder mit Aufnahme oder einfach mal privat, hatte ich ja schon gesagt gehabt. Ich fand es echt cool, ich fand es ein bisschen schade, dass wir nicht mehr waren, weil es haben wirklich insgesamt, es haben zehn Leute, wirklich kein Scheiß, es haben zehn Leute zugesagt gehabt. Boah, Killer Drift. Es hat zehn Leute zugesagt gehabt und wir waren, und vier Stück kamen, also das fand ich dann wieder auch ein bisschen, naja, aber es war okay, fünf Leute hat schon gebockt, waren die richtigen Leute vor allem, Major, wenn Major dabei ist, ist eh lustig, Major und ich, wir sind schon so ein fucking Team. Boah, fuck, Stella. Was, das hat nicht gezählt, ey, was eine Verarsche, Leute ey, das, das meine ich an dem Game. Zack, so, jetzt rennen wir mal hier lang, was ein bisschen dumm ist, deswegen fahren wir doch lieber hier lang. Boah, shit, ey, da hab ich echt verkackt. Das ganze Rennen ist echt ein bisschen tricky hier. Aber die Karre sind mir ein geil, das ist schon mal schön, die Karre ist gut, das ist das Wichtigste. Sieht geil aus, ist recht schnell, lässt sich gut lenken, eigentlich. So, wow, so, boosten, genau, hier ist der nächste Boost, auch gleich wieder einsammeln, zack, nächste auch, sehr schön, boosten, Zeit einsammeln, geil. Okay, jetzt klappt's ja mal ein bisschen besser. Na, die Zeit, na, komm, die hier nehm ich mal mit. Perfekt. Sehr gut die Kurve gekriegt, boosten und zack, wir liegen eigentlich, ja doch, wir liegen wirklich gut in der Zeit. Auch das war nicht so schlau. Ach, na, komm schon. Einen Fansprint muss ich jetzt hinkriegen, ansonsten, also, falls das jetzt die ganze Zeit alles nicht klappen mag, was mir noch fehlt im Laufe der, des Bosses hier, beziehungsweise, der Episode, da mach ich das auf jeden Fall offscreen. Also, es kommt auf alle, wie viel Zeit immer noch bleibt. Boah, nein, 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 uah. Ja, das Auto hat an sich ne saugeile Lenkung, nur das Fies ist halt wirklich, als booste ich hier nicht. Wir wissen ja, was passiert ist. Vor allem, wo ist dann überhaupt das nächste? Ach, das hier ist schon das letzte. Ach, und deshalb, wegen hab ich's nicht hingekriegt. Armselig. Wow, 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 wow. Okay, ich hab echt Glück. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, mein Gott. Oh, fuck, ist die Sounddatei laut. Ich seh das hier grad auf dem Rechner, wie die, wie die Pegel ausschlagen. Da hab ich wohl ein bisschen zu laut geschrien gerade. Geil, alle Lichter gekriegt. Zack, 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 zack. Wunderbar. Aber das eine Rennen war ja wirklich sau fies, wo ich dann zum Schluss noch gefailt bin. Das war ja echt sau unfair. Auf einmal kam... Willkommen bei Agrokur. Hier kommt dein Lack ganz sicher nicht unversehrt davon. Natalia ist der Champion und sie steht voll auf Power-Ups. Sie wird deine Ausweichmanöver prüfen. Ey, wie viele Power-Ups ich auf einmal hintereinander abgekriegt hab, das war so asozial. Und wir haben schon den hier freigeschaltet, den hier. Und wir sind noch ganz woanders, ey. Na, okay, die, da haben wir schon aber den Boss gesehen. So, zack. Schließe vier Fan-Zieler ab. Ob dann dieselben nochmal zählen? Ach, wir werden sehen. Wir machen einfach mal das nächste Rennen. In der Klasse C, drei Runden. Ähm, nee. Ja, doch, ich würde sagen, wir nehmen den Supra nochmal. Ähm... 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 Ach, das ist einfach zu herrlich, ey. Ganz ehrlich. Okay. Strecke sagt mir gerade nichts. Oder nee, doch, ich glaube, da hatten wir schon mal ein Teil. So sieht's aus, zwölf Tore gibt's wieder und 1.300 Fans müssen wir schaffen, okay. Kommt drauf an, wie ich fahre, dann müsste es eigentlich machbar sein. Dudum, dudum, dudum. Okay, und dann geht es auch schon los. Mal gucken, gegen wie viele. Haha, sieht das geil aus. Okay, gegen 14. Oh, da kommt der Boss angehackt. Ja, doch, die Strecke hatten wir wirklich schon. Und mal wieder nichts zum Einsammeln gehabt. Fanaufgabe. Perfektes Nitro. Ja, toll. Das geht auch gerade, wenn tausend Leute vor mir sind. Ähm, perfektes Nitro ist... Man darf nirgends gegenfahren. Oh, das war fies. Er hat von hinten gerade so viele Blitze reingekriegt. Dann von mir auch nochmal. Schuttsschild einfach mal aktivieren. Ähm, okay, gut. Die Fananfrage hat gezählt. Oh, da oben wäre noch eine gewesen. Mist. Das Nitro setze ich jetzt extra nicht mal ein, weil dann bin ich gleich wieder auf dem ersten Platz. Und wenn dann wieder eine Fananfrage kommt mit mach irgendwas vor dir kaputt, dann hat man wieder die Arschkarte gezogen. Boah. Okay, erstmal wieder an die Lenkung jetzt gewöhnen. Nein. Fananfrage verrafft. Das. Wir brauchen Fans. Okay, jetzt mach ich doch mal auf den ersten Platz. Einfach deswegen. Perfektes Nitro. Wie willst du denn das hier machen? Nein. Verdammt. Ey, das ist echt kackschwer. Schutzschild wieder. Nein. Oh, wie fies, ey. Da hab ich jetzt gerade in den Rückspiegel geguckt. Okay, und was ist das hier oben? Wieso hat das nicht gezählt? Ey, Leute. Ey, Leute. Habt ihr das gesehen, wie scheiß unfair das gerade war? Ein Nitro-Ram-Angriff. Ja. Ich hab ihn total... Ja, ist klar. Ich hab ihn total... Ach, komm. Ach, hör doch auf. Wie lächerlich. Was haben wir hier? Blitztreffer. Tritts mich verarschen. Ach, komm. Nee, echt. Da hört schon wieder auf. Das hier ist fucking unmöglich. Das kannst du hier... Ach, zu früh. Och, Leute. Komm, wenigstens ist ein Fansprit noch. Schutzschild mach ich jetzt direkt an. Ach, wie fies. Nein, 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 nein. Ach, das gibt es nicht. Wie ich gerade am losen bin. Lächerlich. Super lächerlich. Alter. Leute, ich schwör euch, ich hab so krass gelenkt. So, das Ding brauch ich. Und der nächste jetzt vor mir fährt das Garst. Und der ist viel zu weit vorne. Der ist viel zu weit vorne. Der ist ja schon fast zum Ziel. Okay. Nein, 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 nein. Och, Leute. Wie lächerlich, Mann. Wie lächerlich. Okay, das war wirklich die schlechteste Leistung überhaupt. Und die Fans wegen 68. Ey. Ich dreh durch. Wie lange hat denn das gedauert? Ne, das mach ich jetzt nochmal. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Oder bin ich... Hä? Leute, ich bin gerade auch fortfahren gegangen und wiederholen. Anschein... Ey, ich... Ne, es ist heute echt nicht mein Tag. Kontrollpunktrennen. Ja, dann machen wir das schnell noch. Ah, das wird wieder langweilig zum Schluss. Aber wieder der Scirocco. Okay. Oh, Mann. Wieder so gefailt. Ja, Leute. Also jetzt den Kram werde ich dann offscreen machen. Die ganzen Punkte dann auch zu sammeln. Sprich, die zwei... Anfragen. Oh, vielleicht rennen. Also ich hoffe, das geht auch wirklich, dass man ein Rennen da machen kann. Wo... Was man schon gemacht hat. Und davon... Also was man schon gemacht hat, ist ja klar. Anders würde es ja auch gar nicht gehen. Aber dass man dieselbe Fananfrage zum Beispiel nochmal machen kann. Das hoffe ich mal, dass es geht. Weil sonst wäre es ein bisschen scheiße, genau das rauszufinden. Was man noch nicht gemacht hat. Das wäre ein bisschen tricky. Aber das müsste eigentlich gehen. So, wir fangen direkt an zu boosten. Okay, zack. Zack. Wow, 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 wow. Ach, die. Die Map. Ah, okay. Erstmal wieder ein bisschen Zeit hier ein-snacken. Und irgendwo kann man hier springen. Da fliegt man so extrem weit. Oh nein, der war fies. Da muss man auf einmal irgendwo ganz schnell links abbiegen. Ja, genau. Boah, ist das fies. Boah, das hat man ja kaum gesehen, dass das hier nicht. Komm schon, wo ist das letzte? Okay. Das hat jetzt schon mal wieder wunderbar funktioniert. Nein, 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 nein. Hier kann man, glaube ich, runterfallen. Ja, schön. Ey, Leute, wie man hier verarscht. Wie habt ihr das gesehen? Ey, ich werde respawnen. Und gleich nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Komm, her mit der Uhr. Bam. Das hier langhacken wie der letzte Wahnsinnige. Das gibt es echt nicht. Das kann nicht sein, was hier schon... Boah, fahr doch, Mann. Man weiß auch nie wirklich, was sinnvoller ist. Fährt man jetzt in die eine Richtung, holt das Nitro. Oder fährt man in die rechte Seite und holt die Uhr. Bin ich gerade über die Uhr drüber gesprungen? Ich glaub's nicht. So, jetzt komm her. Zack. Die ist mir jetzt ohne hier runterzufallen. Und hier darf man auch nicht boosten, sonst fliegt man genau in das nächste Loch hier rein. Ja, man muss schon auf viele Sachen... Alter. Hier achten. Okay, letzte Runde, glaub ich, oder? Ich hoffe es einfach mal. Ah, das perfekte Nitro eben, ey. Wie hat man denn das denn machen sollen? Na komm, ich will die Uhr hier haben. Sehr schön. Die am besten auch... Ah, ne, da sind wir viel zu langsam für. Und jetzt sammle ich hier das ganze Nitro ein. Boah, schön lang gehabt. Boah, ich verraff es als, ey, auf Kreis ist hier die Handbremse. Das ist so ungewohnt. So, alles einsnacken. Zack, zack, zack. Bam, irgendwas haben wir gerade noch mitgenommen. An sich ist die Zeit ganz gut. Oh, nein, 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 nein. Ey, warum wird... Das finde ich aber auch ein bisschen komisch. Warum wird man denn sofort so krass respawned, ey? Da war jetzt nichts Dolles. Da hätten wir noch schön weiterfahren können. Egal, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wunderbar. Das Problem der Sache ist jetzt einfach nur wieder, wenn ich jetzt offscreen nämlich den anderen Kram erledige, steige ich 100 pro wieder auf. Fans haben wir locker geparkt. Wunderbar. Wenigstens hier nochmal Eimer an Dings, ey. Ah, ne, wir steigen jetzt auf. Wunderbar. Stufe 10 schon. Geil. Oh, BMW freigeschaltet. Und die Viper. Aber stark driftend. Das ist nicht so toll. Okay, Fan-Ziel bedeutet also auch der Sprint. Okay, gewinne Event 5 mit einem... Mit einem fünffachen Fan-Kombo. Ja, Leute, ich werde sehen. Äh, Leute, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir dann das Duell machen. Also, bis dann, Freunde. Tschööö